Hey, sind wir Koska und ihr seid mit Angie. Ja, Angie feiert Weihnachten und ich brauche ein Outfit, ne? Eins kennt ihr schon, wie kommt das zweite? Ja, Silber ist ja auch wieder angesagt und ich habe gedacht, ich zeige euch mal meinen Glitzerrock. Ganz simpel, auch mit einem schwarzen Rolli. Silber Handytasche und dazu habe ich klassische Pumps mit Schleifchen. Ja, dann was auch angesagt ist, sind Haarspangen, die glitzern, manchmal machen sie auch an die Ohren. Ich habe sie jetzt ins Haar gesteckt und wie passend, Angel, habe ich geschenkt gekriegt. Ja, also man kann Weihnachten ganz unterschiedlich feiern und man kann sich ganz unterschiedlich anziehen. Und ich bin ja mehr so die Glamour-Variante. Ja, ich wünsche euch schöne Weihnachten. Rutscht gut rein, dieser Look geht natürlich auch zu Silvester. Rutscht gut rein, jetzt ziehen wir bei der